Boah, ein Lufthuckel, wenn ich da voll drüber gerammel. Was hast du jetzt? Jetzt ist es kaputt. Ich habe es gewendet. Gewendet? Das Ding ist erst mal 40 Meter. Ich habe nur auf Wenden gedrückt, Alter. Distance 1000, dann F3, hier die ganzen AA-Typen, das sind so ein Arschlöcher. Ah, Gunshot, Add. Ach, ein MSR. Lennst du da rum? Nee, ich liege. Hier neben dem Baum. Unterhalb der Straße. So 150 Meter unterhalb der Straße bin ich. Ich bin tot. Scheiße. Der hat eine bessere Knarre gehabt plötzlich. Wäre die Fall, wo sind die besser? Als meine Uzi? Achso. Okay, hier scheint keiner drin zu sein. Nee. Eine RDP. Gehen wir mal die Treppen langsam hoch. Jetzt singt es ja ein Heli rum, hier. Oh. Eine HK-16-Dingse, aber keine Muni wahrscheinlich. Noch so eine HK-Dingse da. Aber alles ohne Munition. Helikopter. Hm. EOTAC. Ey, logischerweise direkt auf mich drauf, ey. Ah, guck. Kommt der hier runter? Oh, nicht ein Schuss drin. Fuck. Dann nehm ich doch lieber die andere. Der ist bei dir da hinten? Warum ist das Ding so laut, ey? Ja, er zieht Kreise. Er fliegt jetzt gerade wieder zurück zur anderen Fire Station. Wir gehen runter. Möglich. Ich würde den auf dem Dach haben. Ja. Sieht so aus. Oder wir werden den abholen. Nee, die werden beschossen. Oder schießen selbst. Alter, ist da oben bei dem Sandsack-Dinge, ne? Sandsack-Dinge? Hm. Der eine? Der Heli meint es jetzt da. Hm. Nee, da ist ein Spieler oben drin. Auf dem Dach von dem Ding, weil da ein Sandsack, äh, da ist ein Bunker drauf noch. Ja, ja, da ist einer gelandet auf den riesengroßen, äh, Da rennt er jetzt. Ja, ja, der rammelt da oben rum, genau. Der Heli ist aber da hinten, hinter der Feuerwehr gelandet. Wie schnell ist denn der jetzt weggerannt? Ah, ich kann den mit dem Scope hier natürlich nicht holen. Kimme Korn. Kann ich komplett vergessen. Das ist so ne Scheiße. Nee, ich schieß da oben drauf hin. Darum, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Na, oder? Alter, spawnt jetzt irgendwie gut. Ich weiß aber nicht, ob das die große Halle ist. Kann das sein? Dass das die Base ist? Ich weiß nicht mal, ob mein Haltpunkt gerade richtig ist. Hast du jetzt überlaut, oder was? Ja, ja, wie ein Irrer. Lalalala. Ich hab einfach mal mit grob 500 Meter angehalten. Ich glaub, der lebt immer noch. Ich hab auch nicht gesehen, dass sich jemand getötet hätte. Ich glaub, der ist ja mal da oben drauf. Da rennt einer. Ja, ich seh ihn. Ich warte mal ab. Der muss ja hier wahrscheinlich gleich quaffelt einen auftauchen. Da rennt er. Seh ihn. Ich leg mich hin. Ach, da oben rennt schon der nächste rum. Riesen Dach. Immer noch der gleiche. Alter, scheiße, wie tief rennt er. Scheiße. Höh. Wo ist er? Fah. Mich verarschen? Da oben. Mich wurde geschossen. What the fuck, alter. Nee, mir ist... Gut angeschlagen. Wie geht denn das, bitteschön? Ich hab mich ausgemacht. Scheiße, ich glaub ich bin gleich tot. Ah, der Typ ist so weit da hinten, alter. Aber die Entfernung hat ungefähr gestimmt. Ja, aber wie konnten die mich jetzt ausmachen auf die Entfernung? Das verstehe ich. Ja, das ist jetzt die Frage. Auf mich wird geschossen. Wie? Ich... Es nutzt jetzt nicht. Ich geh jetzt mal hier raus. Da ist der Zombie. Super. Kommst du mit sich hinterher, oder? Doch, er rennt. Oh, fick dich. Oh, was ist das der Kunde aus dem Handy nicht rausgeballert wird, oder? Oh. Uiuiui. Uiuiui. Oh, der... Dieser Zombie, ne? Wenig verrecken? Ne. Bist du doof? Stirbst du mal? Alter, wie viel der abkann? Jetzt wissen sie eh, wo ich bin. Hat ne Scheiße. Wenigstens blut ich nicht. Aber ich glaub, das rettet mir jetzt auch nichts mehr. Fuck. Alter, oh. Ist direkt einer bei mir runtergegangen. Mhm. Ich hab keine Munition mehr. Huch. Das war's. Hm, hm. Ohne Muni bin ich, äh... Am A. Dann zog ich meine Scheiß-Python raus. Oh nein, ich meine nicht meinen Lachs. Scheiße. Jetzt bleibt mir eh nichts anderes übrig. Ohne Waffe kann ich hier eh nichts machen. Ich renne da jetzt einfach querfalt ein rüber. Fuck. Schüsse. Schüsse. Schon wieder so ein fucking Typ mit da. Mit ner... Mit ner... Mit dem Schally. Da ist jetzt hier bestimmt im Wald drin. Abgefuckter Scheiß-Drick. Da kommt einer mit dem Dings runter. Oh. Hier liegt einer. Lol. Hier ist der Typ. Direkt an dem Sandsack. Hab ich mich verjagt, weil ich wieder so lootgeil war. Ich wollte den Typen, der da tot lag, looten. Und dann stand noch ein Stück weiter links. Gleich der Spieler. Oder eigentlich mit Falsch. Jaja, ich seh das direkt an der Stelle. Es sind ziemlich viele, ja. Also hier guckt auf der anderen Seite. Ist auch noch ne Waffe, ne? Am Heck. Äh, ich guck. Hä? Am Heck? Nur am Heck. Hier ist keine Waffe. Ich hab keine Nachricht. Ah, seit 15 Sekunden keine Nachricht. Siehst du mich noch? Derblo? Jawoll. So liebe ich doch das mit den Aufnahmen. Ach, fick doch die Henne. Ist jetzt wohl noch da. Ja, ich hatte einen Reconnect. Also einen Reconnect. Also einen Reconnect. Miene Frisse. Ist das eine M24? Der Sniper, oder nicht? Ich seh die nicht. Warte, jetzt. Ne, wo ist die denn? Warte doch, jetzt. Ah, Kamu, cool. Tu jetzt so. Ja. So, okay. Weil der Name manchmal vor mir angezeigt wird. Oh, was ist der Diable? Okay. Wie weit bist du noch weg? Ich bin oben. Ich hole meine Leiche jetzt. Okay. So weit nicht gesehen habe, war der nicht dran. Doch, war er. Echt? Ja. Er war aber so an der Treppe, dass ich ihn nicht gesehen und ich aber unterstür. Hat der Knarre alles mit dir immer dort? Äh... Einen PKM hat er da gelassen. Der Affe. Der hat wirklich alles genommen von mir, der kleine Wichser. Ich weiß, was ich gehört. Ein Auto oder was? Ja, ich. Hat dein Auto gekreilt? Ja. Ich finde dafür, wir fliegen hier weg. Wo woanders hin. Ja, wohin? In den Süden. Balota. Oder Perizzino. Hast du jetzt da die großen Dings geschnappt? Die AC oder was? Ja. Ich weiß nicht, ob du damit umschießen kannst mit dem Ding? Nö. Naja, Flares kannst du mehr. Jetzt schon werfen sie Ballern. Ja. Ja. Gut, reicht. Hahaha. Hat schon jemand auf uns geballert grad die ganze Zeit, ne? Ja. Ich hab die Schüsse gehört. Was ist denn das da unten? Das Elektro? So schnell doch noch nicht. Oh doch. Das küsst er einfach. Wir können ja abspringen mit Pfeilstoff auf der Insel landen. Ja, nicht in Elektro. Ich wollte noch Berizzino. Ja, hier kommt er. Das hier ist Berizzino. Ja. Wo gehen wir da hin? Das ist er noch nicht. Alter. Ey, 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 ey. Machst du jetzt n Looping, oder? WTF? Willst du n Halo machen? Ja. Oh ja, springt weg. Haha. Ich durfte nicht springen gerade. Ey, wieso macht den den Pfeil schon gleich auf? Das weiß ich nicht. Guck mal, wie das Ding abgeht. Ich kann es nicht mehr sehen. Pass auf jetzt, es gibt einen Feuerball. Jetzt sind wir natürlich schön des leichtesten. Warum trittelt meiner so? Meiner auch. Ich sehe das Ding nicht mehr, wo ist es denn? Ich auch nicht. Scheiße. Ich sehe nicht mal einen Feuerball. Was ist los? Muss aber halt unten angekommen sein. Was denn jetzt? Diablo? Ja? Ich stehe. Nee, du fällst runter. Dein Fallschirm ist zugegangen. Nee. Was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, ich scheine auch nicht weiter runter zu fallen. Taumel aber noch. Ich hänge noch am Fallschirm. Wenn ich Glück habe, kann ich rechtzeitig ausloggen. Warte. 4, 3, 2, 1... Wapp. Ja und? Scheiße. Boah, Skelet. Wow, na super. Ich werde beschossen. Ja, was kletterst du denn auch wieder irgendwo hoch, Alter? Ja. Geile Scheiße. Bei dem Turm da bist du, Alter. Ja, und ich wurde beschossen. Ja gut, du bist ja ziemlich gut einsichtig da oben, ne? Ja, was hab ich jetzt auch gerade mit dir gekriegt. Uff. Ja, das ist von wo er mich beschossen hat. Wie schnell ich hier wieder runter komme, ohne dass er mich trifft. Hallo. Oh. 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 Ja, ja. Ich bin ja auch voll verjagt. Haha. Nicht bloß du, Alter. Verjagt mich ja auch gleich. Hier draußen rennt auch einer bei mir rum. Ja, das bin ich. Ich renne hier gerade weg. Ach so, du. Boah, meine Fuß. Aber es hätte gerade... Geschossen. Hast du den Schuss nicht gehört? Ich hab... Ich weiß immer nicht, ob das von dir kommt oder nicht, wenn du da rumrennst. Aber den Schuss... Ah, da drüben. Da drüben. Ich seh ihn. Wo? Bei Fire Station. Ja, sag ich doch. Oh fuck, hier sind vier, fünf Zombies bei mir. Scheiße. Oh, ich seh gerade eh noch. Hast du jetzt geschossen? Ja, ich schieße jetzt gerade. Ich beziehe jetzt gerade Positionen hier hinten am Strand. Ja. Am Hafenbecken. Und dann kann ich dir ja da Feuerschutz geben, wenn die jetzt da kommen. Aber durch die Wand werde ich nicht allzu viel sehen können. Wie zum Mist schießt denn du da ab? Dreißig? Hier kommt ein Auto, hier kommt ein Auto. Ja. Hier ist ein Auto unterwegs. Da ist ein Spieler. Hier ist ein Duschen. Direkt da hinten. Bei dir an der Wand. Fuck. Why are you shooting at me, dude? Yo, ich seh ihn. Friendly. Er ist friendly, sagt er. Naja, das sagen sie alle am Anfang. Krall in dir, der weiß wo ich bin. Der weiß aber nicht wo du bist. Hat der so einen schwarzen Anzug rein? Jaja. Ja. Er ist rein gerannt. Wo rein? Geht das Gebäude? Äh, ne, in die Mauer. Ne, warte, da steht er erzielt. Warte. 330. Okay, warte, ich hole ihn hier. Oh, jetzt legt er sich hin, die Sau. Wo ist der denn? Er liegt draußen an der Wand. Draußen? Ja, warte, warte, warte. Warte. Hab ihn. Ha, Gefahr gebannt. Ja, genau. Fahre direkt zu mir. Die Leute genau wissen wo ich bin. Was für ein Penner. Ne. Ja. Das passiert, wenn man unter Alkohol fährt. Du nimmst das ja auf, ne. Kinder. Guck dich das hier noch ein. Das passiert, wenn man unter Alkohol fährt. Oh, ein Lufthuckel. Wie gesagt, voll drüber gerammelt. Was hast du jetzt? Jetzt ist es kaputt. Ich hab's gewendet. Ich hab's gewendet. Oh. Gewendet? Das Ding ist erst mal 40 Meter. Ich hab nur auf Wänden gedrückt. Alter. Jetzt brennt das Ding. Das hab ich gerade mit meinen letzten Metallteilen zusammengebaut. So ne Scheiße. Alter, ich hoffe das ist ne Taschenlampe in deiner Hose, die da drückt. Oh, 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 oh. Wo? Ne, halt mal an. Wo? Hast du das gesehen? Ja. Hast du den gesehen? Der Burg. Was ist an dem? Bock? Der Burg. Ja, sicher. Das macht man so. das könnte mein neues sommerhaus werden ob die garagen sind auch groß genug geiles ding kommen entern ich glaube ich habe ein schlüssel stecken das hat ja ich doch von gemeint meinst du nicht dass hier wer drin ist hier steht ein auto das ding ist zu dass es hier hört wehen kriege ich ja nicht ausgepackt das ding nicht mal rückwärts hätten das hier gebaut war da gibt es hier einen geheimgang oder was was ist denn das für eine scheiße schon wieder durch ein ohrkram schwimmen oder eine leiter raus aber nicht rein mit einem halo es wurde geschossen ich weiß nicht so ein sniper schuss ja dann weiß der hundertprozentig dass wir da sind wer denkt der hat die kiste nicht gehört er hat unseren quad zu schossen damit wir nicht mehr flüchten können ja guck mal ringsherum freifläche ich komme hier nicht mehr weg und rein kommt man ja auch nicht in die hütte oder was ich renne gerade schon einmal rum um zu gucken ob hier eine schwachstelle ist hier hinten ist noch ein eingang bist du tot? nö ich komme hier hinten rein ich bin tot ja du kommst da glaube ich nicht rein ne beim hintereingang ist einer drin und schießt genau von der mitte aus ja wir hätten erst mal vorbei und müssen noch mal irgendwelche scheiß NPCs ausschalten können ja wir können das nur durch haupttor ja aber guck mal die ballern doch jetzt schon oder ist das denn alter hab ich mich verjagt hat du dich erwischt? was war das? ne flak oder so ein scheiß da oben aus dem geschützturm raus alter ich bin voll drauf hier ja du liegst da der hat mal einen quad in den lüften hier auch der penner ja super der glitscht entweder einer von links nach rechts oder das ist weggeholt was ich hab ne idee warte mal da ist der MG da drin oder was? ja ja du schießt ja 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 der ist da drin in diesem Sandtagbunker der ist da drin hinter unserem MG ist der der ist da drin hinter unserem MG ist der aufpassen ich drehe sich aufs auto ballern hier drin können auch voller welche sein auf dem elände in pc links links auf diesen hochstand du musst aufpassen wenn das auto zerbaut fliegst du wieder mit in die luft links auf diesem hochstand ich kann auf dem hochstand gar nicht gucken ja mache ich denn das jetzt wo der ground und defilts castle oder wird dann hochstand ich habe gar nicht gesehen doch da jetzt ist aber nur der dreht sich da wie so ein gekloppt und ich weiß nicht wo ich bin und welche richtung ich muss aber eigentlich müsste der jetzt noch weiter weg ich weiß nicht ob ich jetzt richtig fahre ich hab's mal nein jetzt hat sich mein kotter verseitgelegt alter ganze wenden damit es wie deins durch die gegend fliegt auf was gehe ich denn da atw wenden ja meins ist normal der npc dreht sich ganz eigenartig wenn er dich sieht dann richtet er sich auf mich aus und schießt sofort solange wie er sich dreht kannst du beschießen ja das dumme ist er nimmt keinen schaden das kackvieh alter ja doch wenn du triffst schon ja ich halte daneben in die wand rein und treffe aber auch wenn ich ihn nehme treffe ich nicht ich hab mein npc getötet das ding verreist er wie irre jungen ich nehme wieder die andere es geht mg6 ach ja stimmt und dann wenn es geht einzelfeuer weil sonst das geile ist nach dem restart können wir das ganze denn nochmal von vorne machen der wichser wollte mich gerade erschießen da da Ich werde mich eigentlich verarschen. Der Dreckige Bison, will er mich verarschen? Der Mk 48. Okay, ein gutes Ding drauf. Punktscope. Wieder ein Mpc. Oh, da war doch eben noch einer an der Ecke da. Der ist tot, aber da ist noch einer. Na komm schon. Ich glaube nicht, dass ich das die 4 Minuten bis zu dir schaffe. Na komm schon. Kann das sein, dass ein grüner Pfeil seine Position zeigt? Ich nehme jetzt mal die PDW, ey. Oh Gott, ne. Hätt ich das eher gewusst, was das für ein Scheiß ist. Ja, hätt ich so schön da von der Posi aus mit dem Sniper wegholen können, ey. Ja. Aber nicht drinnen. Das ist das Problem. Oh, ich bin tot. Hinter mir sind Spieler. Kitten hat mich getötet an der Posi. Ich mach doch schon alles frei, weißt du? Ja, ja. Das war's.